Aber du keinen Killer hörtest. Würde ich empfehlen. Ja, sonst musst du halt einfach dich mit ein paar ausprobieren. Also ich habe jetzt momentan drin Verzerrung, damit man, wenn der Aura-Laser hat, wenigstens dreimal einen nicht sieht. Dann habe ich Bewältigung. Das heißt, wenn du getroffen wirst, kriegst du so einen Sprint-Boost. Du kannst dann erstmal so wegchargen. Das ist eigentlich ganz cool. Wir schaffen das. Habe ich halt jetzt, wo die Leute gedingst wurden. Und bestärken, um die Leute, die ja gekämmt werden, so ein bisschen noch länger am Haken zu halten. Botanisches Wissen bin ich jetzt kein Fan von. Also in der neuen Meter ist das schon echt heftig. Ja, mal gucken, wie lange noch. Weil mit Schlampinger haltest du trotzdem normal. Ja, schaffe ich mit. Wir schaffen das auch. Ja, aber wir schaffen das nicht. Die ganze Zeit aktiv. Nö. Aber ist auch nicht so schlimm. Verwandte ist auch nicht schlecht. Nein, ich kann der 50-Kunden hier noch nicht. Aber es ist bestimmt das Buhntote. Botanisches Wissen. Wir schaffen das. Und da macht es um mit Medikin. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss mal wieder auf ein Item sorgen. Hä? Bei deiner Fink. Steuer. Verwandte gerade nicht so schnell. r Der Lord vom Boden. Warst du nicht der Lord von der Küste? Ich hab da irgendwie was im Kopf. Ach, scheiße. Alter. 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 So viel zu, äh, der hier wurde genervt, ne? Nee, heute musst du ja mal eine Wäsche reinholen. Warum leckt der Clip bei mir, ey? Oh, ja. Leon ist so sexuell frustriert, dass ihn alles leckt. Er hat komische Hobbys. Ja, eigentlich hat der nur Hunger auf Döner, aber irgendwie kriegt er den anscheinend nicht. Ja, ich hab den schon gegessen. Was? Ich dachte, du machst nur mit, bis der hier da ist. Ja. Wie, Deere hat kein Gereise dicht dabei. Ich gehöre nicht zu den, die Kauten da drüben. Aber so viel zu, dass der hier im Arsch ist, ne? Oh, nö. Stehle, Mama. Schon wieder? Ja, schon wieder, Schild, Mama. Die hat hier einen perfekten Street, Jenny, müssen wir unterbrechen, ne? Ja, haben wir eigentlich versucht, aber da haben wir noch mit der Zeit gekommen. Da will ich jetzt jeden anhitten, oder? Aber hier hat Schlammbiegen dabei. Oh, ja. Sehr schön. Ja, erstmal gehört und meine Denk hoch. Habt ihr noch einen Funst dabei? Nö. Ne, und das Wandhand? Ja. Ich hab schon mal gesagt. Wie haben wir das? Ja, das ist schwierig. Ich hab schon mal die Kulisse. Ich hab schon mal die Kulisse. Ich hab schon mal eine Kulisse. Oh, da bleibt ihr. Da geht nicht her. Na, hinterher mir. Versuchst du noch mal rüber zu bringen. Ich würde lachen, wenn es die gleiche ist. Sie hat einfach beide Chans jetzt... Ja, ja, alles gut. Und wenn wir nicht gestorben sind dann heilen wir noch heut und dann heilen wir noch heut. Ah, ich werde ihnować an Jack, nice. Der Brot macht das so wie ich, Einer auf Ninja. Äh, Leon! Ja? Was denn? Nicht cool. Es ist gegen die Wand gelaufen. Das war cool. Er ist ein bisschen hängen geblieben gerade. Ja, das hat aber nichts mit dem Killer zu tun. Nee, hat sie ja auch nicht. Ach, schade, ich wollte da grad ein Jen machen gehen. Wir haben jetzt hier die Dings aktiviert. Sie! Mal auf der anderen Seite, fang ich an. Okay. Hallo. Uns egal. Nee. Nee, einfach nee. Nee, Leon. Nee! Seh ich nicht ein. Du bist toxisch. Wow. Ja, wachsen kann ich, ne? Mhm. Ich such dir nach mir. Deppi, wann spielen wir eigentlich mal wieder zusammen? Wird mal wieder Zeit. Findest du nicht? Hier gibt's jetzt Marken. Und, Deppi, was sagst du eigentlich zu meinem super schicken neuen Budget? Der war richtig fies, Tobi. Du bist gemein. Okay. Ciao. Ich bin hier drüben an noch'n Jen machen. Lasst ihr den da hinten denn stehen, der bei euch da ist. Äh, Killer Shack am Berg ist fast fertig. Genau, Killer Shack am Berg. Das wär schön. Lass mal den da stehen, der da ist. Ach, Leon kommt schon wieder zu mir. Ja, ich abhalte hier nichts. Toi, sie hat Spannungsstoff oder Astro. Hätte ich leider nix schön. Hallo. Ha, Leon hat sich unter'n Hakengang. Sehr schön. Nice. Wenn sie jemand am Haken hängt, verschwindet die Drohne gleich. Ja, wir brauchen halt auch Killer Shack im Gym. Das hab ich doch gemacht. Sehr schön. Wo ist die denn? Weil den am Holzschlapp ist, sollten wir eigentlich die Drohne nicht lassen. Warum? Auf der Seite gibt's doch noch einen. Oh, okay. Oh, Brot. Da gab's gleich ein Dis-Respect-Schelle. Äh, jetzt will sie trotzdem mich Brot helfen hier. Wollen wir die BD spielen? KP muss ich mal schauen. Bist du morgen Abend da, Daffy? Morgen zur Besprechung? Und da gab's ne Palette. Sie kommt zu uns, schlafen oder die? Das wär mir jetzt egal gewesen, wenn wir den durchziehen sollen. Nee, wir ziehen den ganzen Dreis. Hier, kommen Sie! Wir ziehen den ganzen Dreis durch. Sie gehen zurück, glaub ich. Mir egal! Sie geht mir nach! Können den Gendert fertig machen! Ja, ich geh schon mal hin. Sehr schön. Ja, wir reihen uns und tatschen uns gerade. Ach ja, ich hab vergessen. Ich hab die scheiß Fianna am Arm gehabt. Da war was. Was macht der Paletten weg, wenn ich darüber renne? Ja, dringend. Ist hier Puppe ne Palette? Ui, Leon hat ja schon alles geworfen. Bin ich da? Ach man! Wenn man mir nochmal Bescheid gibt. Ja, ich sag das morgen um 18 Uhr nochmal. Ich schmeiß das nochmal in den Dings. Sehr schön. Jetzt könnt ihr den da drüben machen. Jetzt haben wir uns schön... Haben wir hier schön ins 4Gen verkackt. Du dumm. Viel Erfolg ist mir, meine Damen und Herren. Naja, sie glaub, will mich haben. Uff, soll mich jemand abhängen. Ist egal, wen er, wenn sie haben will. Dann geht man schon ab. Ja, hab ich schon. Ich kann sie hier ein bisschen ablecken. Vielleicht könnt ihr den Jen da hinten durchziehen. Jaja, ich lass mich erstmal befummeln. Ich mag befummelt werden. Oh nein, so viel neue Informationen, dass du die alten nicht mehr speichern kannst oder andere Sachen. Du armes. Hier müsste auch irgendwo ein Jen sein. Lass uns mal hier den Jen suchen. Ah, hier, guck mal. Hier ist ein Jen. Gern. Na dann halt nicht. Okay, kein Bock mehr. Auch nicht. Sie kommt zu mir. Hm, dann jetzt rechts. Äh, ja, rechts. Hi. Wollen wir spielen? Ich hab doch gedrückt. Sie kommt zu euch. Ich brauch kein Herz zu mir bekommen. Ich kann die Palette umwerfen. Nein. Hast du gehört, Gun? Weg! Gun! Oh. Ja, ihr hört es halt nicht. Das war jetzt nicht so clever. Äh, was ist denn da jetzt los? Ich kann die Fl76- Das war jetzt ιst der Flzeit bed call. Er ist überhaupt drin, sonst ist das deshalb mal so oft. Ja, rechts. Die geht in Richtung Leon. Er ist bei mir. Da kriegt ihr den Gem bei euch fertig. Er ist noch bei mir, ist noch bei mir. Oh, nice, ein Leck. Alter, ich war drin. Nein, war ich nicht. Das haben wir ein bisschen zu früh gedrückt. Okay, ihr geht da hin. Barbecue. Das kommt zurück, definitiv. Ich gehe außen rum, Leon abhängen. Er tatsche wenigstens mein General. Gut, dann tatsche ich halt nicht dich an. Sie ist wieder bei dem Ding. Nein, ich dachte, sie hat die Dings aufgestellt. Sie geht mir ab, sie geht mir ab. Ich guck gleich. Ich gehe nur bis dahin. Ich gehe nicht. Ich bin es wieder bei den Dings. Ich will nicht vorankommen, ich will nicht voran arbeiten, ich kann auch so weit arbeiten gehen. Wir gehen zu den Zweiten, wir haben schon drücker sitzen. Weg, Leon! Ja. Ey, tritt nur den Jen und sitz die wieder hier und scheiß den hin. Naja, das ist halt ihre Mechanik. Du musst kurz warten. Ach ja, doch das Beste kommt zum Schluss mit. Ja, hat sie mit. Ja, das ist halt die Möglichkeit, es ist ein bisschen zu spüren. Ja, das ist ein bisschen zu spüren. Ja, einen Schuh kannst du ja noch haben. Ah, das war ungünstig. Es gibt aber auch keine Paletten mehr hier. Hast du Ar... ne, Ard hast du nicht, ne? Ne. Aber ich krieg' ich am Arsch der Welt. Du kannst mich mal vom Arsch lecken. Ja, mach ich auch grad. Ich lauf' grad zum Arsch der Welt. Ich darf nicht über Paletten springen, ich darf nicht über Paletten springen, ich darf nicht über Paletten springen, ich darf nicht über Paletten springen. Daneben, daneben, bleib's am Popo kleben. Ich hab mal hier ein Popo-Land an. Ja, kannst mich mal. Papier drücken wird, äh, das Tor aufgemacht. Naja, ich hab hier halt nichts zum Spielen. Bin hier halt ein bisschen aufgeschmissen, aber was soll man machen? Komm. Hier, will nicht. Ich bleib' hier. Aufheben, aufheben, aufheben. Aufheben, aufheben, aufheben. Ja, Mäuschen. Das war Logik. Sie geht zu euch. Ja, ja, aber wegenst du hab' die Außerung. Na, ich glaub' hab' ich schon mal Richtung Dalar. Sie ist hier. Ah, kommt ihr beide raus, glaub' ich. Na, du? Willst du mich nicht hochnehmen? Nein, das ist aber schade. Warum? Was hast du ja gemacht? Ich lieg' in der Ecke, wo sie nicht rankommt. Natürlich ist sie mir auf den Sack, Mädel. Da nicht drinnen liegen. Will doch aus. Gleich glatt oben? Nein. Die kann hier mich nicht aufhängen, dein Haken ist weg, Schatz. Hat sie Pech gehabt. Sie steht hier unsichtbar nicht herkommen. Heilt euch bitte. Gann ist im anderen Ausgangstor. Ihr seht euch ja, glaub' ich, ne? Nö. Geradeaus weitern. Ja, stopp. Ihr lauft aneinander vorbei. Ist sie noch bei dir? Ja, ja, die steht hier im Tote in ihrer komischen Droh-